Musik Lassen Sie sich von Cozumel verzaubern. Zum Beispiel von weißen Sandstränden und kristallklarem Wasser. Sämtliche Wassersportarten können hier ausprobiert werden. Die wahren Schätze allerdings befinden sich unter der Wasseroberfläche. Der Inselmittelpunkt ist die gesellige Hauptstadt San Miguel. Vor allem die Vielfalt der mexikanischen Architektur verschiedener Epochen macht die Stadt aus. Die Menschen auf Cozumel sind aufrichtig und freundlich. Alte Maya-Traditionen und Gebräuche werden den Besuchern gern demonstriert. Musik Das mexikanische Festland ist nur ein Katzensprung entfernt. Hier erwartet sie eine der größten restaurierten Maya-Städten der Welt, Chichen Itza. Und die hat so einiges zu bieten. Musik 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 Musik